Willkommen zurück zum Remember Me Let's Play. Ich hoffe, ihr erinnert euch an mich und an Remember Me. Herzlich schlecht mal wieder, diese Einleitung. Muss ja sein, ne? Ein bisschen was muss ja auch das Niveau passend unten halten. Also wollen wir direkt erstmal das Menü wieder schließen und uns weiter voran begeben. Wir waren letztens hier im Anfangsbereich der Bastille stehen geblieben, um die Madame zu finden, ihr das Gedächtnis zu rauben, sie vielleicht zu töten oder ein bisschen zu remixen, Gedächtnisse remixen und dann, keine Ahnung. Ja, ja, rede ich mal. Äh, ja. Mal schauen, wie weit wir dann heute kommen. Bevor ich schon wieder vergesse, wie in der letzten Folge, die ja erst eine Stunde her ist, ähm, setz dich mal den Timer passend. So, sieben. Wo ist denn sieben? Ist sieben hinter mir oder ist sieben vor mir? Das ist jetzt die Frage. Also, sieht eher danach aus, dass sieben noch kommen wird. Und zwar ist das, äh, wenn man auf sieben gucken kann, irgendwo. Irgendwo, irgendwann kann man... Hier ist acht. Hier ist sieben. Ich will das Vieh eigentlich abschießen. Da! Ich hab' gefunden. Fokusboost. So. Ich bin mir grad, ehrlich gesagt, noch nicht so sicher, warum. Gesicht, Gesicht, Gesicht. Nein! Ich hau dir ins Gesicht! Zack! 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 Das war sie nicht gut! Gar nicht gut! Ins Gesicht! Ins Gesicht! Ins Gesicht! Stirb doch einfach endlich leise und anders! Geht doch! Einmal noch Licht an! Okay! Hier ist alles ruhig! Dann ist gut! Dann kanns ja in aller Seelenruhe weitergehen! Ach ja! Die kleine Nilin! Eine durch Lieber zerstörte Drohne? Das muss ein Kampf gewesen sein! Gegen diese Maschinen werde ich nicht ankommen! Gute Idee! Versuch das Detektionsmodul aus dieser kaputten Drohne zu retten! Drohnenerfassung! Ein Zen Zen Plugin erlaubt es ihnen, das Sichtfeld von Drohnen zu sehen! Gott sei Dank! Dein Zen Zen zeigt nun alle Fängerdrohnen in deiner Nähe! Sehr praktisch! Zen Zen 1, Zen Zen 2, Zen Zen 3... Ach ne, das war 10, 10, 1, 10, 10, 2, 10, 10, 3... Egal! Ab und zu muss man auch mal Scheiße labern! Achtung! Drohnen bei der Arbeit! Achso! Ja ne, die sind ja egal! Ah, heilige Fuck! Heilige Fuck! Okay, das ist wieder ein bisschen weird! Bewegt! Bewegt er sich hier fröhlich im Kreis, oder kommt der gleich nochmal... Da Fug! Da Fug! Da Fug! Da Fug! Da Fug! Hä! Gefunden! Mehr zufällig, aber gefunden! Mehr zufällig, aber gefunden! Die Frage ist jetzt vielmehr, ähm... Und jump! Die, was die! Das Gefängnis mit menschlichem Antlitz! Was für ne Lüge! Tja! Blinde Maschinen zur automatisierten Verwaltung! Ja, ab und zu... Der Lärm! Das macht mich fertig! Ah, kann mich gar nicht nachherziehen! Um ins Gefängnis zu kommen, musst du eine leere Zelle abfangen und als Aufzug verwenden! Achso, ja, muss ich mich jetzt auch noch selber einsperren lassen, oder was? Und hoch da! Und rüber da! Und fallen lassen da! Fell an docken läuft! Was eine Zelle, ey! Nicht sicher! Ob das ganz so klug war! Diese Zelle... Irgendwie... Erinnert sie mich an... Etwas Schreckliches! Woran das so liegt? Vielleicht, weil sie selber mal in so einer warst? Oh... Ich kenne diesen Ort... So... Hoffnungslos... Als ob man nie weg könnte... Je weiter unten sie dich haben, desto mehr nehmen sie dir weg! Sie nehmen dir Erinnerungen ab, wie Gürtel oder Schnürsenkel im Knast! Wie... Wie tief bin ich gefallen? Herr Schwester! Nillen! Dieser Ort hat keine Macht mehr über dich! Gefangener ruht sich aus! Gefangener ruht sich aus! Ach du Schande! Ich glaub, die sind hier alle ein bisschen kaputt. ...ich glaub, die sind hier alle ein bisschen kaputt... Aufgrund von... ...fehlendem Brain! Ich bin mir noch nicht ganz sicher, deswegen will ich erst noch mal hier hin. Aber ich glaube, hier bewege ich mich nur im Kreis. Oh, ein Putsu-Robotaro. Beschränkter Zufall, äh, Zufall, beschränkter Zugang. Okay, das ist schon mal kein Fängerding. Achtung, Drohnen bei der Arbeit. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich weiter. Fick dich weg, du Drohne. Okay. Verwaltungsbüro 1. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Abkürzung sein soll. Aber, schauen wir erst mal, ne? Was haben wir denn hier so, hier passiert? Hier wird mir nur gesagt, dass irgendwo, wo scheinbar noch was ist. Wo der Boden, Orangen leuchtet. Ficken! Verdammt! Ja. Ähm, das war jetzt so ein leichter Fail-Versuch. Ähm, man muss ja auch mal gucken, ne, was so... Man muss auch mal was riskieren versuchen können. Erneute Sabotage von Eltsch und seiner kleinen Freundin. Alles Urlaub für die Gründung, die Aufwand zu machen. Hallo, wer da... Jetzt weiß ich wieder, da ist was. Wusste ich ja vorher schon, oder ist es auch so oder so da? Sprinten! 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 So! Mhm,発 incapaz übrigens! Hätten wir das erst mal,... ... abgecheckt. Mit heute widmet. Verwaltungsbüro 1 Reinde Beschränkt, beschränkt, alles ist hier beschränkt, ey Geistig sind die auch alle ein bisschen beschränkt Platte Sprüche müssen auch mal sein Schlimmste, er kennt das Sicherheitssystem genau Seine Bugs, versteckte Funktionen, folge ihm und klau seine Geheimnisse Sonst kommst du nicht an Madame ran Hallo ihr Schönen, Zeit für eine Leibesvisitation, yeah Nicht ernsthaft Rauben Sie Vons Erinnerung Das ist sie Zwei, drei Zack, zack, zack Zack, 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 zack Zack, 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 zack Zack, 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 zack Nein Er lebt mal ein Schuss! Vielen Dank! Ich bin der Fall! Ein Schuss! Ein Schuss! BAM! 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 ins gesicht nachschub und die nächste Kurserei BAM 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 zack 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 und einmal überladen bitte schön in den lang rein ja sieht doch sehr danach aus, als müsste das so Sergeant Bone, Erinnerungsraum das ist für alles, was du mir angetan hast und das das ist für alles, woran ich mich nicht mehr erinnern kann ja so gehört sich das sehr schön Toilette finden Sie, Madame ja gut, das macht mir jetzt halt alles, glaube ich, so wegtechnisch ein bisschen einfacher Enforcer Baracke Aua Offizier 1242, konfrontiere Flüchtling okay Junkbolt durchbricht äh, den Schild der schweren, okay zack, zack, zack zack, zack, zack schön in die Fresse rein irgendwo, irgendwo, hier gibt's doch, hier liegt doch bestimmt irgendwo was rum hier ist die Bastille Trainingsraum für Enforcer das haben wir hier Kleidekammer für Enforcer Trainingsraum für Enforcer ich finde, man müsste solche Bots einfach nur zerlegen können weil theoretisch könnten die ja noch alle bisschen verraten, oder nicht? guten Tag bam dann hauen wir noch den Zendos raus zack, zack, und zack dann einmal bitte überladen es ist immer noch drittend die Achtung nicht er wird noch niedrig verraten es ist immer noch der durch Kiste die Und die nächste Überlastung bitte, schön in die Kniekehle und Hüften raus. Und noch einmal bitte. Okay, was ist? Was geht hier jetzt ab? Logikbombe. Okay. Explosiver Sensor-Virus, der Enforcers Schilden zerstört und an allen Zielen in der Reichweite schweren Schaden verursacht. Zack, zack. Verwenden Sie, um das Ziel zu wechseln. Wechseln. Logikbombe. Zack, zack, zack. Komm zusammen. Zack, 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 zack. Auf die Fresse. Erstmal bisschen ordentlich auf die Fresse. Bäm, 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 bäm. Bisschen Heilen noch dabei. Oh. Herrlich. Schönes neues Spielzeug, die Logikbombe. Wenn ich mein Gedächtnis wiederkriege, dann bitte ohne Worn. Und dieses Arschloch will ich mich nicht erinnern. Hahahaha. Die Vergangenheit kann dir nichts mehr. Lebe im Hier und Jetzt. Ja. Ich habe aber einen Schlüssel. Diesen Schlüssel will ich benutzen für... Für was denn? Gucken wir mal. Was haben wir denn? Wir haben... eine Impression... einen Kick. Wir haben einen Schlag. Ich glaube, ich nehme den Kick. Boah, jetzt hauen die auch noch ab, ey. Wollt ihr mich verarschen? Reminiscenz... äh, Reminiscene. Ach. Sektor 3. Scheint langsam ganz schön wichtig zu werden. Das ist alles... in herrlich behinderten Orange. Wohin geht's da? Arrestzelle geradeaus. Okay, das ist glaube ich Madame. Sonst würde man die mir nicht so zeigen. Eine ganz... eine ganz krasse Dumm hier, glaube ich. Sgt. Warn wurde angegriffen. Totale Gedächtnislöcher. Fass den Eindringling. Doppelpatrouillen. Ich aktiviere den Braindrainer. Wenn Sie, die hier mit Erinnerungen spielen darf, bin ich. Den Braindrainer. Ich habe ganz, 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 ganz blöde... ...Befürchtungen, ja. Wenn ich hier bleibe, sieg mir das große Auge nicht. Ich kann es dem Nichten hin. Okay. Okay. Das war knapp. Nur ein bisschen. Aber es war knapp. Okay. Jetzt kommen hier sogar krasse Schleichaktionen dazu. Ich habe auch gerade, ehrlich gesagt... ...keinen Plan, wo genau ich hin muss. Von daher... No plan, what to do. Ah, doch. Ich ahne da etwas. Hm. Einfach Knopf drücken und schwupps. Die Zelle auf dem Weg zur Wartung. Und währenddessen 40 mal ununterbrochen zwinkern. Aha. 40 mal ununterbrochen zwinkern. Soll ich mal machen? Äh, lass mich kurz überlegen. Nein. Arreststelle bestätigt. Bitte zur Wartung senden. Arreststelle bestätigt. Bitte zur Wartung senden. Kommen. Termin hinweist. Madame und Dr. Quaid werden zum Verhörgebäude gebieten. Da! Die Verhörzellen sind ganz nah. Beeil dich! Oh! Wenn ich doch fast wieder in so einem Botto robotto... Ding reingerannt. Irgendwo, wo man auf irgendwas Rotes gucken kann? Das ist schwierig. Kann an so vielen Stellen sein gerade. Da schon mal nicht. Vielleicht will das... Kann ich mich hier heilen? Nein, ich bin voll. Äh... Irgendwo, wo was hell ist? Ich bin mir... Doch, das muss... Irgendwo hier in der Ecke sein. So. Das haben wir uns gesammelt. Den Fokus-Boost, der vielleicht irgendwann mal dann auch einsetzt. Und dann geht's jetzt weiter. Treppen runter. Treppen weiter. What the fuck? Was zur Hölle bist du? Und wie mache ich dich kaputt? Also ich würde dich jetzt einfach mal abschießen. Feuer! Laden, laden, laden. Aua. Laden, laden. Feuer! Ja! Erst laden. Bäm! Ha! Ja, dich krieg ich auch noch kaputt. ZERLEGT! Jetzt kommt noch mehr von denen, ne? Weil die mich verarschen. Ja. Suck. 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 Stop!